Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Ova Makika. Ova. So, es regnet. Die Tulpen sind fertig oder was auch immer das sind. Ich glaube das sind Tulpen. Ich glaube das sind Tulpen. Tulpen, siehste, ich erkenne auch Tulpen, wann ich sie sehe. Hallo, ich bin Professor, Doktor, alles besser. So, wir haben Tulpen. Wir müssen, wir haben aber auch nichts mit Tulpen am Hut. Wir können sie aber für 900 verkaufen. Das ist schon viel wert. So, wenn ich das alles richtig in Erinnerung hatte, hatte ich noch. Ne, stimmt, ich hatte keinen Kürbis, alles klar. Okay, wir gucken erstmal hier. Milch, Ei, haben wir da. Hotdog nur nicht. Das und Fleisch haben wir da. Reis, das, wir haben keinen Käse, aber macht nichts. Tennisball, Hammer, Federball. Okay, Hammer. Reis. Das ist so ein richtiges Gedankenspiel, ne? Federball. Tennisball. Das da. Ei. Milch. Fleisch. Ich glaube da hat es auch... Halt! Aber das habe ich hier nicht drin. Das müssen wir gleich sammeln. So, du hättest gerne das. Kriegst du natürlich. Äh, F. Bitte sehr. Plus zwei Leben. Nochmal plus zwei Leben. Wir werden langsam ready für die, äh... Für die League. Warte mal, was ist die Taste E? Zack. Sehr gut. Damit ist unser Fuxi schon mal gebufft. Als nächstes kommst du. Hier, hast du ein Stück Fleisch. Auch schon mit 62 Leben. Hat auch schon 62 Leben. Sehr gut eigentlich. Ehrlich gesagt schon sehr gut. So, dann habe ich aber auch noch das hier für dich. Und schon hast du wieder ein bisschen mehr Leben. Das ist halt das erste, was wir immer machen müssen, ne? Treffer. Ich glaube, wir sind gerüstet für die Liga. Ich meine, wir werden noch ein bisschen kämpfen, natürlich. So, und jetzt du noch. Du willst Reis. Kriegst du Reis. Dann willst du auch noch hier eine Auster essen, was irgendwie verleglich ist, aber gut. Und dann müssen wir nochmal Fee dabei spielen. Verdammt. 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 Was ist denn? Meine Güte. Das war schon knapp. War schon knapp. So, guck mal. Hat auch schon 70 Leben. Bei ihnen fehlt halt ein bisschen, naja, die Ausdauer. Guck mal. Ansonsten. Die haben schon alle schön viel Leben bekommen. Das gefällt mir, ehrlich. Ehrlich gefällt mir das. Eigentlich finde ich es gut. So, ich sammle mal ganz kurz hier alles, alles ein. Nein, ich möchte das jetzt nicht hitten. Wir brauchen immer noch ein bisschen, so, weg da. Wir brauchen immer noch ein bisschen Zeugs. Ein bisschen Kupfer brauchen wir noch. So, ich muss hier auch wieder streicheln. So was wie ein Autopetter. Du bist sowieso total unglücklich, aber du bringst mir ja auch nichts. Ich wäre auch unglücklich, wenn ich mein Gebiet da nichts bringen würde. Ja, damit ist unsere Aufgabe, was wir zu tun haben, erledigt. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt um uns selber kümmern. Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht. Weiß ich. Kämpfen. Ein theoretisch kämpfen. Ein theoretisch besteht unsere Aufgabe jetzt wirklich derzeit im Kämpfen. Ich weiß. Okay, heute steht nichts an, aber am vierten ist das Windfestival. Wir werden erst mal zur Liga gehen. Und zu unserem Hasebupse. Oh, oh, guck mal. This is the hammer. Ah, cool. Ähm. Wir können noch mal Level abgehen mit... Ist sie fertig? Wir können noch mal Level abgehen mit ihr. Aber ich glaube erst morgen dann. Erst morgen können wir mit ihr wieder unterwegs sein. Ich bettele hier gleich noch die anderen. Ich würde züchten können. Ich würde züchten können. So, wir betteln hier erst mal. Äh, dachte er, betteln. Ich glaube, wir oft fünfmal, ne? Ja, was soll ich sagen? Feuer haben wir? Ne, wir haben sowieso kein Wasser. Also es ist auch egal. Sind wir dran? Ne. Der Fenster erst mal. Oh, das ist ja eigentlich der, nur nicht so cool wie unser. Was heißt er denn hier? Wenn ich ehrlich mache, Burning Heart ist Level dann. Ich bin schon fast tot. Schon fast tot, Kumpel. Burning Heart. Quatsch. Sehr schön. So, wir haben noch mal wieder so ein Ding erhalten. Braucht hier jemand eine Soda? Einen Hotdog und Käse. Okay, das haben wir alles gar nicht hier. Lust auf ein Battle? Ja, ist doch eigentlich, äh, technisch möglich, oder? Was ist das? Ist das Wasser? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das für ein Symbol ist. Ist ja auch egal. So, wir sind sowieso zuerst dran. Mach mal hier Burning Heart. Du bist Wasser. Du bist Wasser. Gut, Burning Heart. Dann haben wir das gleich geschafft. Das ist wichtig. Das erhöht die Verteidigung. Lollabay. Nicht einschlafen, bitte. Gut, dass wir drüber geredet haben. Okay, nie wieder mehr gegen das Ding. Das Ding ist kacke. Das macht immer nur einschlafen und so. Das Ding ist kacke. Okay, gegen den kämpfe ich nie nochmal. Der ist nervig. Entweder schläfst du ein oder du hast das andere. Das ist doof. Ich glaube, wir überholen den noch. Okay, Burning Heart, hart. Zen erhöht... Eigentlich wäre die Dash Attack mit mehr Angriff gar nicht mal so schlecht. Wir dürfen sogar noch. Zack. Tot. Level Up. Ein Verteidigungspunkt mehr. Danke für die Coins. So, du gehst ja auch Level Up. Müssen wir uns merken, wer hier was Level Up hat. Auf jeden Fall will ich nicht nochmal gegen dieses Ding. Ich will dieses ganze andere. Ne, das ist Wasser. Das möchte... Haben wir... Was wäre denn... Ein guter Gegner für unser Feuerding. Ach, weißt du was? Kann ich sie hier battlen einfach? Der Battlesounds Fun. Das ist mein Mini hier. Du bist sogar sehr effektiv. Du bist Pflanze. So, da finde ich einen Grund. Ich mag unseren Fuchs. Der ist so gut. Äh, ja. Eigentlich Burning Heart. Bats. War klar, das ist mit einmal. Sehr gut. Oh, cool. Danke, Medizin. Du musst stärker werden. Ähm. Ähm. Dadurch, dass wir jetzt auch mit, 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 mit unserer zukünftigen gekämpft haben. Heißt das, sie ist jetzt in den anderen Kämpfen auch stärker? Also wenn wir sie mitnehmen? Weißt du was, ich will jetzt gegen Spiky kämpfen. Komm. So, aber... Du bist aber auch wieder Pflanze, das. Schon wieder unser... Unser Feuerding gut gegen. Ich müsste auch die anderen trainieren. Wenn ich weiß, aber ich mag den Fuchs so sehr. Sehr gut. Fertig gemacht. Homemade Limonade. Aha. Und wir haben sie natürlich auch gleich gefressen. Ja, super. Klasse. Lief klasse. Toll. Lass mich raten. Du hast ein... Pflanzenvieh? Ja. Nicht mehr mehr Schaden, Junge. Um... Was? Überlebt? Sausack. Ja. Ja. Solange er überlebt, sei es gut. Ist immer. Ich bin den auf Nummer sicher. Ich meine, der macht nur wirklich keinen Schaden, aber trotzdem. Naja, hat sich Burning Heart wieder schön gelevelt. Oh, ein Baum-Samen. Naja, gut. Oh, man. Und dich habe ich auch noch nicht gebetet, ne, eigentlich? Oder? Was? Ich bettale dich in einem Herzbeut, wenn ich konnte. Nicht heute, so. Okay, die will gerade nicht... Sie will nicht kämpfen. Ich bin ein bisschen verwundert, aber okay. Kann ich euch betteln? Ja, eigentlich... Angriff, oder? Okay, du darfst anfangen. Denn darfst du mit dem Wind alle zurückpusten. Du machst dann Tornado. Und Earth wird Pool. Schon alle tot. Sehr gut. Oh, ein Schmetterling. Genau, Blame Leon. Geht das jetzt nochmal? You already battled them today. Okay. Will ich deine Kuh battlen? Ach, eigentlich weiß ich nicht. Hier. Komm, Lapis, Alter. Ich mach dich fertig. I'm not wasting time with... Oh, Mann. Der ist ein Arsch, weißt du? Der ist ein Arsch. Warum will er nicht mit mir kämpfen? Weil er bestimmt ein Weichei ist. Er ist ein Weichei. Es ist einfach so. Er ist dein Weichei. Er hat Schiss vor uns. Ob wir so imber sind. Ich würde trotzdem gerne heute nochmal uns Richtung Mine machen, tatsächlich. Dass wir noch ein bisschen Kupfer mitnehmen können. Aber hier so eine Dreiergruppe. Ja, easy, Mann. Easy. Dreiergruppe ist easy. Ja, der ist schon tot. Sehr gut. Toll. Ein Wurm. Ein Wurm. Wir haben ein Wurm bekommen. Das Ei wäre schön. Naja, noch ein Kürbis. Noch ein. Kürbis haben wir eigentlich schon genügend, aber okay. Das ist eigentlich so ein Lollabye-Typ. Eigentlich habe ich keine Lust gegen dich. Fisch, Fisch. Noch ein Fisch. Ist gleich noch mehr Fisch. Um die Richtung. Manche sehen aber auch ein bisschen böse aus, wo ich mich da nicht traue. Traue ich mich da nicht zu betteln. Außerdem müssen wir jetzt noch in die... In die Mine und da brauchen wir noch ein bisschen Energie. So wie die hier. Die sehen irgendwie böse aus. Irgendwie traue ich mich nicht. Oder hier. Weiß ich nicht. Die sehen... Die sehen so böse aus, als wenn die so einfach zu besiegen wären oder so. Keine Ahnung. Wir entern. Sehr schön. Dann lass uns halt kämpfen. Klatsch. Das ist aber auch nur das, ne? Oh, ich muss niesen. Ja, mach'n Sinn. Mach' Pumpkin Attack. War nämlich klar, dass er stirbt. Sehr gut. Kohle nehm' ich gerne mit. Mach's so Zen. Keine Ahnung, was Zen bringt tatsächlich. Ehrlich, kein Plan. Ich weiß es nicht. Aber schlecht, dass wir das jetzt so gemacht haben. Ach, ist egal. Wir ziehen's jetzt durch. Aua. Oh, Zen. Ah, ein Buff. Buff ist immer schön. Ja, mach' mal Pause. Bist sowieso gleich tot. So, Tornado. Dann gehst du auch wieder Level ab. Das ist sehr gut. Z-like ich. Okay, du hast kaum Energie. Watz. Er hat leider kaum Energie. Regenerier dich. Zack. Sehr gut. Level up. Ein bisschen schneller. Danke für die Kohle. Mehr ist ja auch nicht, ne? Nicht noch was. So, drei Kohle haben wir bekommen. Ein Wurm. Ich bin begeistert. Naja, drei Kohle. Ist nicht... Naja, zusammen mit den anderen Dingern haben wir fünf Kohle bekommen. Wir müssen das ja zusammen mit den anderen Dingern rechnen. Ich würde gerne zum Center triehen. Naja, haben wir mal ein bisschen gebettelt. Auch wichtig. Tatsächlich. Sehr wichtig sogar. So, Kupfer. Wie viel Kupfer habe ich denn hier überhaupt noch? Flinsen. Sechs. Okay, das ist nicht wirklich viel. Äh, wie viele Kupferbarren habe ich? Vier. Das ist nicht die Unendlichkeit an. An Tollinität. So, der kommt da noch hin. Den blauen Maschwurm verkaufe ich. Den Baum setze ich hier an. Von mir aus. Ich sehe sogar nicht irgendwo. Habe ich hier nicht sogar schon irgendwo mal einen Baum hingesetzt? Vielleicht ist er sogar schon ein Baum geworden. Keine Ahnung. So. Support Maker. Milch ist dreimal so viel wert. Wir gehen jetzt ins Bett. Jülenacht. Jülenacht. puestoer ist dreimal so viel wert. Los geht euch. Beut. So. 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 Vielen Dank.